Hier gab es glaube ich auch noch irgendwo ein Leben Oh, ich glaube ich weiß auch wo Nämlich hier So, ich kann noch drei Leben tragen Okay, dann frage sie Habe ich vor Hoff ich doch Ich bin nur dein Vorteil Hepp, hepp, hepp Schalter aktiviert So Eins So, jetzt hier lang Okay So weit, so gut Untergrund ist abgeschlossen Dann geht es jetzt weiter Ich habe jetzt noch einen Schlüssel Ich bräuchte eigentlich noch einen zweiten Der ist hier Ich weiß zwar nicht wo der war Wofür der ist, aber dann Er wird schon wichtig sein So Gut, jetzt als nächstes Diesmal nicht davon trollen lassen Danke sehr Okay Schon mal diesen Drankriss wählen Hepp, hepp, hepp So Item nehmen Hier drauf So, jetzt hier rüber Nach unten Item ausrüsten Lobbys nutzen zum hochgehen So Ich glaube hier irgendwo war der Andere Schlüssel Deswegen gehe ich nämlich hier nochmal rein Ich habe es vergessen Ich habe jetzt ein Glück Leben So So Gut Da ist der Schlüssel Gut Ist wir auf der anderen Seite Nur der Mist Okay So, ich habe mir gemerkt Die eine Plattform fliegt einfach höher Kannst du mir da auch nochmal gucken Wie lange die doch schon läuft Ja, ich sehe das Eigentlich Okay Wir sind schon wohl bei 27 Minuten Wenn ich das richtig sehe Okay Ich glaube der Credit ist eh nicht mehr da Von daher lassen wir es sein Da gehe ich nicht durch So Ich habe keine Ahnung Ich habe keine Ahnung Ob ich mir was sicher Was? Meinetwegen ernsthaft So So Ich habe keine Ahnung Weg mit euch. Euch austricksen. So. Meine Tränke sind relativ low. Hoffentlich kann ich die nur mal auffüllen nachher. So, jetzt haben wir hier durch. Jetzt ist dann hier durch. Jetzt ist nämlich die Tür hier da. Ich level Porto. So, Stabteil. Drank. Und ist die Credit wieder da oder nicht? Natürlich nicht. Jetzt haben wir vier von fünf. Perfekt. Ah, da ist mein Leben. Das ich verloren hab. Cool. Gut. Schnell durch. Hier hab ich nichts mehr interessantes zu tun. So. Weg. 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 Oder warte mal. Blauer Trank. Ich glaube, hier gab's den blauen Trank, oder? Ja, hier gab's den blauen Trank. Dann würde ich mir den schnell holen. Dann hab ich den nämlich auch wieder voll. So. Ja, blauer Trank. Perfekt. Und das ist ja eine relativ einfache Sache hier. So. Blue Potion. Wunderbar. Und die werden wir natürlich gleich hier auch noch ausnutzen. So. Nicht von dem Feed rollen lassen. Jetzt geht's in den Waldbereich. So. Hier schnell sein. Erledigt. Okay. Ignorieren. Och komm, warum klappst du denn das jetzt nicht? Ganz ruhig. Nicht die Nerven verlieren. So, hier noch nicht runter. Das ist fürs Ende. Ich muss erst mal den Stab hier oben holen. Dafür muss ich hier lang, da lang. So. Hier rüber. Da lang, da lang. Gelber Trank. Okay. So. Gut. Jetzt bei dem Rätsel nicht verkacken. Okay. So geht's natürlich auch. So, Stab. Nummer 5. Sehr schön. Gut. Hier rüber. Zurück. Und jetzt hier rein. Die Fläche ignorieren. Und jetzt hier runter. So. Ähm. Zeitstopper Trank. Was haben wir denn jetzt hier gehabt? Hier kam jetzt erst mal ein Raum mit den Typen. So. Bist du schon eingeschlafen? Stevele? Stevele? Hm? Eingeschlafen, oder? Sieht so aus. Ich hab dir schon müde. Mh, mh, mh. Hab ich geschlafen? Entschuldigung. Naja, so ein bisschen leise. Ach, Mist. So. Wenn du es noch kurz durchhältst, ich hab's bald geschafft. Und, äh, da fällt mir so auf, ne? Hm. Keine Skype-Rollmeldung mehr heute. Okay. Von wegen wollen Sie diese Seite verlassen, bla. Und bei dir? Bist du jetzt auch nicht, nein. So. Wunderbar. Oh, verdammt. Oh, komm schon. So. Beeilung. Okay. Hierfür brauchte man, glaub ich, den Unbesiegbarkeitsdrang zwingen. Ich muss jetzt die Viecher so ein bisschen verschieben. Ähm. Ich find ich ein bisschen gemein, dass man den Unbesiegbarkeitsdrang hier zwingend braucht, weil sonst hat man verkackt. Und er hält den Unbesiegbarkeitsdrang an oder nur auch nur noch ein bisschen verkackt. Er hält den ganzen Bildschirm an, ja. Wäre ja noch schlimmer, wenn er eine Zeit lang nur ein hält. Ach, verdammt. So. Geht doch. Okay. 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 Das war schlecht. Mist. Ah, Mann Okay Ich bin so kurz davor Da ist der letzte Schlüssel Ah, der letzte Ja Ah 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 Ich weiß gerade nicht wie man das macht So vielleicht Ja, okay Ja Okay Links Hm Rechts Teleporter Ich muss also nach links, okay Oh nein Komm schon Muss das jetzt echt sein? Mein Leben geht langsam wieder zur Neige So, da ist der Teleporter Okay Okay Wie geht der Raum jetzt? Okay Okay Damit habe ich jetzt auf jeden Fall erstmal das Teil Gut Äh, ich sollte aber von Lisa ausrichten, dass die Schafen gehen will Und ihr eigentlich den Nacht kurz abholen sollst Ah ja, okay Dann posiere ich mal kurz die Außenaufnahme Und weiter geht's Äh Grüner Trank Ne Offensichtlich nicht War hier noch irgendwas in dem Raum, was ihr übersehen habt? Ne Es sind nur die drei Teile, die runterfallen Scheiße Scheiße Nein Da hinten Ach komm, wie geht das? Hm Ich muss mal was testen Oh So geht das Credit Okay Ah, okay Grüne Plattform Unsichtbare Plattform so rum Okay Okay Oh Wollt ihr denn niemals aufhören? Ja Fragst du noch? Ach Scheiße So Oh, ich glaube ich habe es geschafft Ordenss So Tänke Tänke